Insgesamt 16 Teilnehmer, alle zusammen auf die Bühne. Genau, ich darf ruhig stressen. Stadion 32, Noel Lovett. Coppin Sports, Wellness, Gelsenkirchen. Stadion 28, Maximilian Westach, City Gym, Lübeck. Stadion 29, Ramzi Bobakar, Powerhouse Münster-Meifeld. Stadion 30, Giancarlo Cremona, Copspielers, Schlossgelger in Kirche. Das Ganze fällt bitte ein bisschen weiter nach hinten, dass wir einen Halbkreis machen können. Die Äußeren, der bleibt stehen. Wir haben jetzt alle weiter nach hinten. Wir haben noch drei, vier Stück hinter der Bühne laufen. Ganz nach hinten. Tschuldigung, Moral. Andi! Mach dir Platz! Joel! Joby! 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 Jawohl! Hey, 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 hörst du? Joby! He, he, hey! appreciated, re mains Okay, 41, 42, bisschen weiter nach hinten, sodass jeder gesehen wird, bisschen weiter nach hinten, 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 alles nach hinten. Super, Markus, Beine! Jungs, ihr werdet euch alle gesehen, ruhig alle nach hinten, sodass wir genug Platz haben. Vielleicht kommen die numerischen Vergleiche, dann noch einzelne Vergleiche. Also, okay. Schreibe Nummer 58, ist auf meiner Liste, der ist nicht drauf. Bei mir ist er drauf. Ja, hier auch, auf der Bündnisstimme, nicht im Start. Nummer 58, Christoph Schumke von Clevershütten, Fürth. Dann mit uns die Startnummer 50. Woher kommt weiter? Wir sind erst im Vergleich zu uns, dann raus. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Tut bereit. So, Startnummer 34, Markus Kalsbach, Carlos Kalsbach, Startnummer 35, Christoph Pauschinger, Vitalo Fitnessstudio Zwiesel. Startnummer 36, Janni Malaitzir, Volker in Spaule, Ludwig Sarko. Startnummer 38, Ferdinand Nennig, Great Body, Gütersdorf. Startnummer 39, Patrick Olsen, Ludwünschen Lounge, Hamburg. Ja, voll ist! Startnummer 39, Patrick Olsen, Ludwünschen Lounge, Hamburg. Startnummer 41, Tobias Schöler, Body Team Business. Startnummer 42, René Siste, Sportschule Gutenspär. Startnummer 43, Ulrich Weigl, Viral Fair Gym, Wadendorf. Startnummer 44, Pierre Wilber, Olympik Lounge, Wadendorf. Das Ganze fällt wieder einen halben Schritt nach hinten, sodass alle auf der Linie stehen können. Einen halben Schritt nach hinten. Und dann machen wir 15 Schritte nach hinten und dann wollen die ersten aus der Bucke raus. Dann haben wir einen Platz. Jetzt passt's. Endung. Startnummer 50, ist der klar. Ich selbst da, ja, genau. Startnummer 58, Christoph Schunkel, Cleverfit, Fürth. Startnummer 75, Ludwunschen Reichmeier, Body Coaches, Egelsteck. Und die Startnummer 72, Martin Jarek, Easy Fitness, Start. So, jetzt darf ich alle Teilnehmer zum Bühnenhintergrund nach hinten bitten. Wir kommen jetzt drüber in der jährischen Begleitung. Aufbauen! Markus Beine! Voll aufbauen! So, das erste ist die Startnummer 22, 28, 29, 30 und 34 nach vorne. Jetzt Feuer! Komm auf! Direkt aufbauen Ansicht! Aufbauen! Feiner! Kado, jetzt anzugeben! Alles geht's! Einmal Schritt nach hinten, bitte. Kann man das mit oder ein bisschen lauter machen? Stehst du? Feiner! Ja! Doppelbizeps! Rösschen! 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 Jawoll! Sehr schön! Kick nach vorne! Ja! Kippen noch ein bisschen hoch! Rösschen! 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 Ja! Sehr gut haben Sie! Beine! Seitlich im Blut! Sparren noch hinten! Komm schon! Aufbauen! Rösschen! Stehen! Prost! Rösschen! Rösschen! Komm jetzt! Knie raus! Knie raus! Komm Kado! Alles raus! Jawoll! Rösschen! Rösschen! Latismus! Dreh dich ein bisschen nach rechts! Ja! Aufbauen nach vorne! Die Beine geschlossen halten! Startnummer 8. Rösschen! 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 Jawoll! Seitlich im Trizeps! Komm, haben Sie direkt! Und komm! Kado! Rösschen! Rösschen! Dreh auf den Bauch! Rösschen! 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 Auf die Hacke! Vielen Dank! Bitte nach hinten zurücktreten! 35, 36, 38, 39, 41. Wieder einen halben Schritt nach hinten, einen halben Schritt nach hinten. 15 Schritte nach hinten, das war jetzt der 10. Schritt, einen großen Schritt, obwohl ich weiß, wie es hier ist. Jetzt ist es wichtig. Doppelbizeps. Sehr gut, haben Sie die Beine. Aus. Seitliche Brüsen. Doppelbizeps nach hinten. Komm jetzt! Raus! Ja! Raul! Raul! Oh, alles gut! Raul! Oh, die Nummer neu auf, Markus! Plattissimus! Eine! Komm raus! Stell die neu! Ganz raus! Ja! Die Beine parallel geschnitten! Raul! 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 Jetzt kommt dein Ding! Schuss! Zieh! Zieh! Ja! Raul! Schuss! Jawoll! Ruck! Ja, super! Ganz toll! Wechsel! Vielen Dank! Bitte nach Hilfe zurückdrehen! Ganz viele Leiter ab einem! Reul! Herzlichen sechsPC-Diensten gegen 42 bis 72! Das ist jetzt auch die andere Seite rüberschieben. Da kann man einen großen Schritt nach hinten gehen, dass die Gestaltung war 44 auf der weißen Linie steht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. So. Wie geht es? Ja, das ist gut. Beine aufstehen. Lattest du? Lattest du? Geh dazwischen. Stell dich davor. Die Beine aufstehen. Seitenbrust. Aufrechter. Ja, sehr gut. Jetzt sparen Sie bitte. Beier geht sparen. Super. Doppelbizeps rücken. Ja, genau. Sehr gut, Martin. Super. Eine geschlossene Parallel bitte. Komm, bring dich mal ein bisschen rum. Seitenbrust. Jetzt ist es hart auf. Witzel. Witzel. Von vorne dauern ein. Witzel. Witzel komm. Witzel komm, ja wohl. Zurück drehen. So, Ramzi aufbauen, steigen! Wenn wir im ersten Vergleich einen Sechservergleich nach vorne starten, Nr. 29. Jawohl, Mann! So geht's! Los jetzt! Ich steig's dich sofort! 34. 39. Ja! 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 Und starten wir. Und die andere Teilnehmer, 58 nach der anderen Seite rüber. Die andere Teilnehmer bitte nach rechts rüber. Alle nach rechts rüber. Beine. Auf die Brust. Ein bisschen nach rechts rüber schieben. So, jetzt stoppen. Einmal rein. Einmal rein zu. Jawohl. Geh davor. Ein Moment. Beine. Sehr gut. Ja, super. Beine. Jetzt gib ihm. Einmal rein. Einmal rein. Lass dich nicht abziehen. Lass dich nicht abziehen. Und los. Jawohl. Mein Mikro übernehmen. Seidige Winzebs. Jawohl. Über den Bauchrahmen Luft raus. Ja. Sehr gut. Jawohl. 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 Wollen wir nicht auf die Beine. Jawohl. 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 Sehr gut! Sehr gut! Seitige Brust! Okay, komm! Und Sie! Und Sie! Sehr gut, Mann! Rücken, wir haben noch einen Appetit! Aufs Rückenbein, komm! Hinter! Sehr gut! Jawoll! Beine! Beine, komm! Jawoll! Seitige Triceps! Von vorne, Bauch und Beine! Vielen Dank! Bitte nach hinten, in die Mitte zurückdrehen! Die restlichen Sechser! Bitte nach vorne! Ja, einigermaßen in der Reihenfolge, dass es passt, bitte! 22, dann gibt die 30! Genau! 35, dann gibt die 38! 38, 45, passt! Jetzt passt's! Und wieder einen Schritt nach hinten gegen das Ganze! Schritt nach hinten! Doppelbizeps! Bokadal! Wohf! ski?! K Distanz! Und wieder Panel! Wohf! Du ile som! beautje kollate! Dies? Das tässä! B Tyler! Doppelbizepräsident. Na berth挑 juiste, 1, 1 aus, komm! Wunderbar! Jawoll, sehr schön! Holger! Lauf, Ellbogen! Seitliche Trizeps-Pose. Bauch und Beine! Schöne Beine durch! 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 Vielen Dank! Ich bitte die komplette Klasse noch mal auf vorne nehmen! Zum letzten Line-Up! Das war die vorentscheidende Kategorie New Urban Blessing Bodybuilding! Bitte hinter der Bühne bereit halten! Vielen Dank, Daniela! Schöne Beine durch! Schöne Beine durch! Danke!